In diesem Video gucken wir uns die drei besten Sommerreifen an. Alle Reifen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welche Sommerreifen gerade angesagt sind und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Hancock Ventus V12 Evo 2 K120 Dieser Reifen ist mit einem breiten Stahlgürtel ausgestattet, der ein besseres Lenkverhalten bietet. Das Ablesen der Profiltiefe gestaltet sich innen und außen einfach, so dass Fahrer frühzeitig auf einen abgefahrenen Reifen reagieren können. Aufgrund der nach außen abgehenden Rillen hat das Modell eine gute Wasserableitung, so dass sich das Risiko von Aquaplaning bei hohen Geschwindigkeiten reduziert. Der vorgestellte Reifen ist ein Niederquerschnittsreifen. Der Sommerreifen passt auf Felgen mit einem Durchmesser von 18 Zoll. Der Tragfähigkeitsindex von 92 erlaubt ein Gewicht von 630 kg pro Reifen und der Geschwindigkeitsindex erlaubt ein Tempo von maximal 300 km pro Stunde. Das EU Reifenlabel gibt die Kraftstoffeffizienz des Produktes mit E und die Nasshaftung mit A an. Die Geräuschemission des Reifens ist mit 72 Dezibel angegeben. Goodyear Efficient Grip Performance Der Goodyear Sommerreifen liefert eine gute Laufleistung und erreicht eine lange Haltbarkeit. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten soll das Modell eine höhere Sicherheit bei gutem Lenkverhalten ermöglichen. Laut Goodyear bietet der Reifen eine gute Bremsperformance auf nasser Fahrbahn. Der Goodyear Reifen hat eine Breite von 205 mm und eine Höhe von 55%. Er passt auf Felgen mit einem Durchmesser von 16 Zoll. Das erlaubte Gesamtgewicht beträgt 615 kg pro Reifen und das maximale Tempo läuft sich auf 240 km pro Stunde. Auf dem EU Reifenlabel finden sich die Bewertungen A für die Kraftstoffeffizienz und C für die Nasshaftung. Der Reifen hat eine Geräuschemission von 69 Dezibel. Bridgestone Turanza T1 Evo Dieser Sommerreifen sorgt für eine gute Balance zwischen Handling und Fahrkomfort. Der Reifen hat eine Laufflächenbreite von 205 mm mit einer Seitenwandhöhe von 55% passt der Reifen auf eine 16 Zoll-Felge. Der Tragfähigkeitsindex von 91 lässt ein Gewicht von 615 kg pro Reifen zu. Die maximal erlaubte Geschwindigkeit beträgt 240 km pro Stunde. Laut EU Reifenlabel hat das Modell die Kraftstoffeffizienz C und die Nasshaftung A. Das asymmetrische Profil erreicht während der genormten Tests eine Lautstärke von 69 Dezibel. Der Sommerreifen von Bridgestone ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Nach Herstellerangaben sorgt der Reifen für ein gutes Gleichgewicht zwischen Rollwiderstand und Nasshaftung. Das ist ein gutes Gleichgewicht. 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 Bis zum nächsten Mal.